Original ägyptische Erde ist ein reines Naturprodukt aus gebrannter Tonerde. Ägyptische Erde garantiert Ihnen ein sonnengebräuntes und gesundes Aussehen ohne Sonne. Original ägyptische Erde reicht für ca. 300 bis 400 Anwendungen. Original ägyptische Erde kann auch als Wangenrouge, als Lippenfarbe, als Lidschatten und fürs Dekolleté verwendet werden. Wertvolle Liposomen unterstützen die natürlichen Hautfunktionen. Die mikrofeine Substanz ermöglicht ein gleichmäßiges Auftragen und ist daher äußerst ergiebig. Original ägyptische Erde ist dermatologisch getestet, selbstverständlich ohne Zusätze von tierischen Stoffen. Original ägyptische Erde, weil sie es sind.